Wer hat den Kuchen dabei? Niemand? Was? Apple hat einen Kuchen für den App Store dabei. Der App Store wird sehen. Große Freude. Das ist jetzt schon echt lang her. Also ich meine, wir hatten ja neulich so ein bisschen gefeiert für zehn Jahre iPhone und sowas. Und jetzt ist ja schon relativ schnell hinterher kam dann eben der App Store. Der App Store war meiner Meinung nach von Anfang an mit geplant, aber sie haben noch nichts gesagt am Anfang. Am Anfang kam diese Sweet Solution-Scheiße von Steve hinterher. Aber er hat ja schon bei dieser All-Things-D-Konferenz ein paar Wochen vor der Ankündigung von der Sweet Solution hat er ja schon gesagt, ja, ja, wir machen was mit Apps. Aber wir wollen das irgendwie sicher hinbekommen. Haben sie dann nicht. Es war halt nicht fertig. Und dann kam der App Store jetzt vor zehn Jahren raus. Apple hat so eine hübsche, das ist auch neu, oder? Dass der Newsroom so eine Feature-Seite hat. Ja, die bloggen da jetzt. Das ist ein relativ umfangreiches Feature. Ich habe das mal gelesen. Das haben sie sogar in verschiedene Sprachen übersetzt. Also es gibt auch eine deutsche Version davon. Es war ihnen wichtig anscheinend. Da gibt es Zitate von wichtigen Leuten, die damals dabei waren. Und Apps, die natürlich vertreten waren. Und sie zeigen halt so ein paar Punkte aus. Das ist eine große Jobulei irgendwie. Also Lobhudelei. Aber im Prinzip, ich meine, der App Store an sich ist natürlich ... Ich glaube, wir haben da schon mal Spezial-Sendungen drüber gemacht. Zum Fünfjährigen, zum, keine Ahnung, Siebenjährigen, Achtjährigen. Zehn Jahre ist natürlich echt auch noch mal eine große Nummer. Diese Werbespots, There's an App for that, die waren schon ganz ... Also zum einen sieht das alles ganz furchtbar aus inzwischen. Aber auch wie cool, wie Apple Maps ausgesehen hat und so weiter. Aber das war schon ein komplett neues ... Also anderes ... Am Anfang von Bits und so haben wir mal drüber geredet, dass Herr Gabor sich Unsummen ausgegeben hat, um eine Straße in Zürich nachzuschauen. Auf seinem Nokia. Das ging schon damals, irgendwie vor zwölf Jahren. Aber es war halt nicht bezahlbar. Es gab keine Apps. Es gab halt irgendwie einen mobilen Browser auf seinem Nokia-Communicator, den er benutzen konnte. Aber wir haben ein kleines Programm, was eine spezifische Funktion erfüllt, was auch dieser Werbespot zeigt. There's an App for that, für Kalorien nachschauen. Und was hatten sie da noch für ... Wo steht mein Auto und so was. Das war damals noch abendfüllend. Also das war so, das reicht für eine App, wenn da halt eine Kalorientabelle drin ist. Inzwischen ist es mehr so, es ist weniger im Programm, sondern verbinde dich mit irgendeinem Service. Noch mehr als früher. Also sowas gab es natürlich früher auch, das darf man nicht vergessen. Also irgendwie, wie hieß denn die, irgendwie PDA-Gier oder sowas. Gab halt, gab es so eine Seite, so ähnlich, in der, in der, sowas in der Richtung. Gab halt so eine Seite, war in Deutschland auch recht groß, wo du halt dir so Apps laden konntest, für deinen Symbian zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber das war, also der, der, die Kategorie war eine ganz andere. Also du hast schon ganz klar gemerkt, dass das, dass da ein Unterschied ist zwischen dem, was so eine App auf, auf einem, auf einem iPhone damals konnte und wie die zu bedienen war und wie die, und wie die andere Seite aussah. Also damals, als der App Store rauskam, hatte ich, glaube ich, noch kein iPhone. Da hatte ich immer noch so ein, Sony Ericsson Smartphone und das waren Welten. Also das waren wirklich Welten, die da, die da zwischendrin lagen. Und ja, von daher weiterhin zu Recht, zu Recht so erfolgreich. Also klar kann da, da kann jetzt jeder kommen und sagen, ja, aber das war doch alles irgendwie toll und wir haben für alles solch eine App gefunden. Ja, damals irgendwie schon, aber es war alles relativ scheußlich. Ja, und vor allen Dingen, es hat ja keiner dafür bezahlt. Doch. Naja, also das war die Ausnahme. Am Anfang, so ganz am Anfang, wir haben ja ein Screenshot von dem App Store vom Anfang. Nee, nee, schön, schön. Ich meine, vor dem App Store. Ich habe da bezahlt für. Ich habe für Apps bezahlt. Du warst die glorreiche Ausnahme. Teilweise irgendwie 5 Euro oder sowas. Aber es war kein Markt da. Nee, also du konntest, glaube ich, da nicht von leben. Ja, genau. Von Software, von mobiler Software, von mobilen Softwareverkauf irgendwie auf PDAs und so konntest du, glaube ich, echt nicht leben. Also so ein paar Apps natürlich ausgenommen, die es dann auf Palm und so weiter gab. Aber genau, also diese Zentralität, die Zentralität, die war halt schon eines der zentralen Aspekte und das hat Apple natürlich relativ clever durchgepusht, weil sie halt bis heute keinerlei Abinstallierung von außerhalb zulassen. Das war natürlich auch so eine gewisse Wette. Also ich meine, die Idee, die war schon clever definitiv, aber dass man das halt auch so erfolgreich dann macht, weil ich meine, der App Store kam zu der Zeit, da war das iPhone ein Jahr alt. Und da konntest du überhaupt noch nicht absehen, ob das irgendwie wirklich ein anhaltender Trend bleibt, also dass dieses Gerät wirklich ja, ein Erfolg wird letztendlich, weil das war bis zum iPhone 4, als es so wirklich massentauglich wurde, war das natürlich immer irgendwie ja, vermutet und es waren natürlich irgendwie die Chancen standen gut, aber dass es wirklich so abhebt, wie es heute dann ist, das war nicht so vorauszusehen. Oder ist es gar nicht so abgehoben, wie sie es sich eigentlich vielleicht erhofft haben, in Richtung richtige Produktivitätssoftware, weil das ist nie wirklich passiert, so auch Richtung iPad gedacht, das ist nicht so gekommen, wie es hätte kommen können, wenn man sich ansieht, dass sie halt mit der mit der Grundlage von von macOS unter dem iPhone halt die Power gehabt hätten, komplexe Anwendungen rüberzubringen, auf die kleinere Plattform. Die Frage ist, hätten sie das, also ich weiß bis heute nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre, weil jedes Mal, wenn du dir so eine, es gibt ja immer mal wieder so eine komplexere App, die du auf dem iPhone benutzen kannst und du merkst schon, wie krass du das Ding runterbrechen musst, damit das auf diesem Gerät noch funktioniert, weil das ist halt schon ein Unterschied, welches Paradigma der Eingabe du zum Beispiel hast, also wenn ich jetzt mit den Fingern mit was interagieren muss oder kann, ist das schon nochmal was ganz anderes, als wenn ich diesen filigranen Cursor benutzen kann und ein echtes physische, eine echte physische Tastatur benutzen kann, also ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte, also mit dem iPad vielleicht ein bisschen mehr, wobei ich auch immer noch nicht der Überzeugung bin, dass das geeignet ist für die, für eine komplexe Applikation, wie wir sie halt aus dem, ja aus dem, aus dem Mac-Universum kennen, von daher war es glaube ich immer nötig, dass du hingehst und das runterbrichst irgendwie auf, auf, auf Schnipsel, ich sage jetzt mal Schnipselchen-Programme, die halt, die halt jedes für sich so klein gedacht sind, dass sie, dass sie halt einfach und schnell zu bedienen sind. Ich habe gestern was auf dem, auf dem iPad, auf dem Google-Sheet ausgerechnet, ich bin zum Hirsch geworden, mit dieser Tastatur und wann ist sie da, wann ist sie nicht da, so die einfachsten Spreadsheet-Aufgaben von so ein paar Zellen markieren, das ist mit Finger super unmöglich, in Google-Sheets, das ist besser in Numbers, aber ich will halt die Dinger online haben, weil sonst finde ich sie wieder. Also ich bin, ich gebe dir recht bei dem, Basti, bei dem Paradigmen, also du musst eine, eine Eingabemethode erstmal finden und das war, ich meine, ganz zu Anfang war das echt nicht, so weit hat, haben wirklich die wenigsten wahrscheinlich gedacht, aber das, also beim iPad, glaube ich schon, dass Apple das so in den ersten Jahren nach dem Start verbockt hat, weil da hätte viel größere Software entstehen können, wenn die richtigen Schnittstellen und Werkzeuge am Start gewesen wären und sie haben das iPad, obwohl das ja der abgedroschene Spruch ist, aber sie haben das iPad halt viel zu lange als großes iPhone intern auch angesehen oder nicht schnell genug vorangetrieben. Ich glaube, beim iPad wurde einiges liegen gelassen. Beim iPhone, das war ein interessanter Trend, weil ich meine, du musst halt, du musst halt nicht einmal diese Plattform schaffen und dann hast du dort irgendwie, hast du das blühende Leben, sondern das, das hat sich ja extrem stark gewandelt. Ich meine, wir können uns alle erinnern, die ersten Apps, das waren bezahlte Apps für 10 Euro, wo heute jeder gesagt hätte irgendwie so, ich gebe doch nicht für einen, hier, Super Monkey Ball spielt 10 Euro auf einem Telefon aus. Damals war das absurd, wie günstig das war und da gab es halt verschiedenste Trends und Strömungen über die Jahre, die ganze In-Up-Geschichte, dann jetzt zum Abo-Modell gewechselt und so weiter. Also es ist halt keine Sache, die man einmal entwickelt und dann wie fortlaufend ja so funktioniert, sondern das ist halt ständig im Flux gewesen über die letzten 10 Jahre und man kann jetzt echt nur, wenn man jetzt noch mal 10 Jahre weiterdenken würde, es wird relativ wild sein, was sich da jetzt die nächsten 10 Jahre tut. Deswegen, man muss es runterbrechen, aber ich glaube schon, dass da einfach Software entstanden ist, die, ich weiß, dass da Software entstanden ist, die sonst nie entstanden wäre. So ein Instagram wäre, wäre nie entstanden, ohne den App Store, ohne das iPhone beispielsweise. Schöne Vorstellung eigentlich. Oder ich meine, oder so ein Adobe oder so ein Microsoft, ja, das iPhone und das iPad oder insgesamt der App Store hat halt großen Firmen teilweise schon so in die Seite gefahren, dass sie halt komplett ihre Sicht auf den ganzen Softwaremarkt ändern mussten und sich anpassen mussten. Also ich meine, bei Microsoft hing sicherlich auch viel mit der Firmenführung dort zusammen, aber so ein Adobe, das hat jahrelang, jahrelang diese Geräte ignoriert und das kommt ihnen jetzt teuer zu, also das hat ihnen in den letzten Jahren wirklich Geld gekostet, dass sie da nicht mit einem Photoshop vertreten waren und mit dem ganzen Layout. Das ist ja echt nah, das war ja ein zweiter Gedanke. Die haben das die ersten Jahre überhaupt nicht ernst genommen und ich glaube, das ist schwer so zu beurteilen, aber ich glaube, da haben sie einiges verpasst und ja, wenn sie da jetzt nicht weiter investieren, dann glauben in großartige, komplexe Software, dann machen sie da einen gewaltigen Fehler. Ich habe mal hier meine, meine Purchase History auf dem iPhone ganz nach unten gescrollt. Erste App ist IEM. Wow. Das ist, wow. vom 20. Juli war das. Wieso war es das 20. Juli und nicht jetzt? Oder war das, was war denn der Startstarttag? Gute Frage. Ich weiß, dass es mal im Gespräch war, dass die ersten Einkäufe in der History so ein bisschen flöten, verrutscht sind oder so zeitlich. Das gab es mal, glaube ich, dass das nachgeschlagen wurde. Ich kann dir den genauen Tag nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass du diese Keynote auf jeden Fall nochmal anschauen solltest, weil also diese Roadmap mit iOS 2, also iPhone OS 2.0 und mit der Vorstellung von SDK, die war schon relativ faszinierend. Die kann man sich rückblickend nochmal anschauen, weil halt so so grundlegende Themen angesprochen wurden, die man so deutlich heutzutage gar nicht mehr so angesprochen bekommt. Da waren einfach so, weil die Voraussetzungen andere waren. IEM läuft noch, aber ich glaube, der Service ist weg inzwischen. Nee, der ist weg. Dann haben wir hier weiter außerdem noch VNC-Client. Wichtig. Im Hintergrundbild von dem Icon ist so der Snow Leopard zu sehen. Dann haben wir NetNewsWire, Twinkle, das war so der erste Twitter-Client. Genau, richtig. Dann GarageBuy für Ebay. Absurd sowas, so ein Third-Party-Client für Ebay. Ja, aber war gut. Weil Ebay hatte nichts und war halt gut. Facebook-App. Aha. Ja. Sehr gut. Dann Shazam. Hast du ein TapTap Revenge bei dir? Natürlich. Wer hat das nicht? Ja. Dann haben wir Enigmo, das war hier eben auch auf den Screenshots dabei. Apropos Screenshots. Spielchen und so. War da, gab es wirklich ein Texas Hold'em für 5 Dollar von Apple? Natürlich. Na klar. Und das wurde dann eingestellt zu einem extrem unglücklichen Zeitpunkt, weil Texas Hold'em war dann irgendwie noch das Vorzeigereispiel, Apple macht noch Spiele für den Upstore. Und da haben sie es irgendwie gekillt und nicht irgendwie auf irgendeine neue iOS-Version gehievt und dann waren alle so ein bisschen so, okay, jetzt haben sie nicht mal irgendwie mehr ein eigenes Spiel. und ja. Das war, ich habe nochmal ein paar Videos von diesem Texas Hold'em angeschaut, weil ich konnte mich auch nicht mehr erinnern und es gibt keine guten Videos, weil die alle so aus der Hand abgefilmt sind oder auch sehr gut Kandidaten, die haben damals ihre Podcasts auf YouTube veröffentlicht und haben da Screenshots reingetan, weil Videoabgreifen vom iPhone gab es ja nicht. Also gibt es halt da, das war ganz interessant, weil das Spiel war so halt Poker und du kannst es im Hochkantformat halten und dann hast du so kleine, kleine Videoschnipselchen von deinen Mitspielern, die dann halt so irgendwie bluffen oder cool tun oder den Dealer, der halt Karten austeilt und die Spielfiguren waren halt Apple-Mitarbeiter, auch der Phil Schiller. Du konntest dagegen Phil Schiller spielen. Das ist ja fantastisch. Und der eine Typ, ich bin nicht sicher, ob es da Dings ist oder nicht, der Forstall. Kann es sein, dass der auch saß? Weiß ich nicht, weiß ich nicht aus dem Kopf, aber Phil Schiller weiß ich definitiv. Ja, und noch ein, zwei Typen, den man auch so von Gesicht her von der WWDC kennt. Also das einfach haben da Leute hingesetzt, so spiel mal Poker, Phil. Und das war schon interessant und das war halt auch so eine von den Apps, die, was auch sich nicht so sehr durchgesetzt hat jetzt bei Spielen, dass es halt das Spiel in Hochkant- und in Querformat sich dann anders verhalten hat. Wenn du Hochformat hattest, hast du so nach und nach deine Mitspieler gesehen und im Querformat gehalten hast, hast du den ganzen Pokertisch gesehen mit, ohne diese Videos. Ja, also, das war auch, war schon interessant. Mich würde interessieren, ob sie hier bei diesem Screenshot die 800 positiven Reviews reingefakt haben oder ob das wirklich ... Ich glaube, das war gut angenommen damals, definitiv. Naja, und das hat natürlich auch zu Möglichkeiten geführt durch die Integration von, das ist jetzt alles nichts Neues, aber dass du über Location-Services irgendwie Dinge tun kannst, die halt vorher so nicht möglich waren. Wenn du das irgendwie clever verknüpfst mit einem Service, der dahinter steht, der irgendwas Sinnvolles für dich tut und irgendwie, weiß nicht, im Falle von Tinder halt irgendwie andere Leute findet oder halt was zum Essen findet und das war halt so in der Form nicht möglich. Ich kann mich an Urlaube erinnern, so vor dem Smartphone, wo du, wo ich einfach drauf losgefahren bin und geguckt habe, wo ich was zu essen finde. Hat auch funktioniert, aber war eine andere Geschichte. Mehr Reinfall in unbekannten Gebieten. Ich meine, das Ding hat, also über die Jahre haben wir immer wieder diese Erfolgsgeschichten gehört, was so irgendwie ein Mann-Studio, das halt eine populäre abhatte und dann extrem erfolgreich mal war. Da gibt es unzählige Beispiele von Temple Run über Flappy Bird etc. Aber es war natürlich, also ich meine, die Konkurrenz ist halt über die Jahre extrem schnell gewachsen. und du musstest dich halt auch als Abentwickler diesen ganzen neuen Strömungen dann anpassen. So am Anfang konntest du halt, wie gesagt, ich meine, es ist relativ wild zu überlegen, dass so ein Instapaper am Anfang irgendwie eine bezahlte Ab war. Ja, das war ja auch ein Service, letztendlich der jetzt irgendwie werbefinanziert, kostenlos, was auch immer läuft, in Europa ja moment nicht, aber das dafür Geld verlangt werden konnte. Und ja, da musstest du dich irgendwie anpassen und um irgendwie relevant zu bleiben. Und viele von diesen Apps waren so One-Hit-Wonder und andere, da sind dann wirkliche Firmen draus entstanden. Ich meine, so ein Angry Birds, das ist, ich meine, finnische Firma, die irgendwie 50 Spiele vorher gemacht hat, bevor ein Angry Birds draus gefallen ist und das war halt extrem erfolgreich. Was danach kam, war eher so ein bisschen weniger. Die Branchen so ein bisschen in andere Themenbereiche jetzt aus. es ist eine immer interessante Entwicklung, die da angestoßen wurde durch die ganze Geschichte. Und Apple ist da auch sicherlich zu Recht stolz drauf. Es ist ein bisschen unvorstellbar, sich vorzustellen, also es ist wirklich unvorstellbar, sich vorzustellen, dass du heute halt nicht so diesen primären Ankerpunkt hast. Instellier erst mal die ab und dann sehen wir weiter. Wir haben in der Pre-Show über E-Mail-Geschichten gesprochen. Installier erst mal die ab so. Alles andere ist egal. Die Denkweise, die das halt auch geändert hat mit unseren Geräten, ist schon, ja, es ist interessant und ich bin, ich bin gespannt, wenn iOS 12 jetzt rausfällt und wir die alle auf unsere Screen-Time schauen können, was da so viele Zahlen dann uns entgegenschlagen, wie oft wir das Gerät in die Hand nehmen, etc. Weil das ist halt, das ist halt so zentral geworden und das ist halt letztendlich nur durch den App Store so zentral geworden, weil das auch zum Beispiel mein Blog, ja mein Blog wäre eigentlich nach zwei Jahren weg gewesen, wenn es keine Software gegeben hätte, über die man hätte schreiben können, weil die Hardware kommt einmal im Jahr neu und über die Standard-Ups, die 13, die es am Anfang waren, waren es 13, ja irgendwie sowas, da kannst du halt, kannst du halt keine, keinen Blog mitfüllen, thementechnisch und die Software war es halt schon, die es dann über die Jahre getragen hat und die Services und was du damit machen kannst. Apple hat ja nie wirklich die Zügel außer Hand gegeben, was so die Möglichkeiten angeht, was du mit den Apps machen darfst, also du könntest ja technisch durchaus noch mehr machen, du könntest ja aus technischer Sicht durchaus private APIs nutzen und sowas, aber das geht beim App Store nicht durch. Jetzt könnte man, das sieht man auf dem Android, wenn man mehr machen könnte als App, dann würden auch mehr Sachen gut funktionieren. Wir werden gleich nochmal über Shortcuts reden, wenn so eine Automatisierungsgeschichte, so eine Skriptbarkeit von Sachen, wenn die möglich wäre, dann wäre mehr möglich, ist aber bei Apple nicht, bis sie es zum Beispiel in eigene Hand nehmen und jetzt Shortcuts eben oder Workflow eben übernommen haben und auch ansonsten, sowas Integration mit externer Hardware angeht, das geht immer über Lightning, über die Lizenz, über Apple hat da die Finger drauf und ebenso mit HomeKit und so weiter. Das dauert immer länger, als es müsste, weil Apple sehr starr ist und nicht irgendwie da die Leute selbst kreativ werden lässt. Auch wenn ich das sehr schade finde und gerade diese Offenheit an diesem Android sehr, sehr angenehm finde, halte ich das gar nicht gegen sie, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sie die meisten Dinge deswegen so tun, wie sie sie tun, um ihrem Kunden am Schluss die bessere, was ist das deutsche Wort für Experience? Experience. Die bessere Experience zu geben, weil, also was du ja auf keinen Fall willst, ist irgendwie zu sagen, hier, wir machen mal alles auf, ihr könnt gegen alles, die alles und jeden und was weiß ich was, sondern wir geben denen SDK dafür, dass sinnvoll Dinge tun können. Weil was wir davon haben, wenn wir alle Toren und Türen aufmachen, ist das hier, dass ich einen Virenscanner auf meinem Telefon habe. Weißt du warum? Weil ich es brauche. Weil es sinnvoll ist. Und das kann man jetzt diskutieren, ob man das wirklich braucht oder nicht, aber in dem Moment, wo ich für mich die Entscheidung treffen kann, ich installiere mir Sachen aus dem Internet, von denen ich nicht hundertprozentig wissen kann, was da drin ist, kannst du im App Store auch nicht, das können wir natürlich diskutieren, die im Zweifel alles mit diesem Gerät machen können, was sie wollen, dann brauche ich sowas. Ob das mich jetzt hundertprozentig schützt oder nicht, steht auch wieder auf dem anderen Blatt. Aber sowas funktioniert bei Apple nicht. Und deswegen müssen wir auf so Krücken wie Share Sheets warten, die der Schritt in die richtige Richtung ist, aber der Schritt war halt zu kurz und dann wurde aber woanders hin abgebogen, weil man sich um andere Dinge kümmern muss. Und wo wir jetzt solche Sachen wie die Workflows, oder wie heißt es? Shortcuts. Shortcuts, danke. Sehen, die auch der Weg in die richtige Richtung sind, wo man jetzt hofft, da werden die Schritte, die danach folgen müssen, die werden noch gemacht. Das können wir halt nur hoffen. Und damit verbunden ist halt auch diese ganze Bergwerks-App-Review-Geschichte, dass du halt als Entwickler nicht wissen kannst, ob sie dich mit deiner tollen Idee reinlassen oder nicht. Das ist tatsächlich, also, ja, ich sehe ein, warum Apple diese Bergwerks-Geschichte macht und ich glaube, genauso wie jetzt, dass das auch weiterhin der, für den Benutzer, der richtigere Weg ist, diese Bergwerks-Geschichte zu machen, aber genau das, was du ansprichst, ist das eigentliche Problem an dem Bergwerk. Weil, ich kann nicht hingehen und sagen, guck mal, hier ist mein White Paper, so eine App würde ich gerne bauen, ist das okay? Und dann sagt das Bergwerk, jo, das würden wir so durchlassen, wenn du ein XYZ nicht machst. Dann könnte ich sagen, da kann ich, da kann ich mich jetzt drauf einlassen, ich baue diese App und gehe nicht ein Risiko ein, weil du baust halt keine App in zwei Tagen, also die meisten zumindest nicht. Und wenn du jetzt sagst, ich investiere, zum Beispiel, ich kündige meinen Job, setze mich ein halbes Jahr hin, baue eine App, die geil ist und dann schmeiße ich die rein, weil ich davon überzeugt bin, dass die einschlägt wie Schwein. Und dann schiebst du die App in den App Store oder ins Bergwerk und dann sagt das Bergwerk, nee, nee, wirklich, also sowas geht bei uns einfach nicht, das kannst du einfach voll vergessen. Dann kannst du entweder Glück haben, dass nur, dass du irgendeinen Teil gebaut hast, der nicht okay ist oder dass sie sagen, dieses Businessmodell, das funktioniert hier nicht. Und dann bist du nämlich echt am Arsch, weil dann hast du im Zweifel deinen Job aufgegeben. Oder sowas wie die Facebook App, also Facebook App wird in den App Store eingereicht, steht drin, kannst du Fotos mit deinen Freunden teilen. Wir spulen acht Jahre nach vorne und auf einmal ist die Facebook App ein Nazi-Generator. Schmeißt Apple die jetzt raus? Nee, tun sie nicht, weil es ja groß genug. Also ist das so ein bisschen... Ja, schwierige Argumentation, weil die kann ich so nicht unterstützen, weil die ist natürlich nur dann ein Nazi-Generator, wenn du mit Nazis zu tun hast. Und ich meine, da kann die App an und für sich ja nichts dafür. Ist Facebook schon an dem, wie sie ihren Service betreiben, nicht völlig unschuldig dran? Naja, also du tust dich natürlich einfacher, als rechtes Individuum andere rechte Individuen zu finden und dich da in eine Blase zu begeben. Aber deswegen werden meiner Meinung nach die Nazis nicht mehr. Okay, anderes Beispiel. Es gab 75 Mal irgendwelche Fake-Pokémon- und Gameboy-Emulatoren und Geschichten, die Apple erstmal reinlässt, weil sie sagen, wir sind ja nicht die Copyright-Police. Sollten sie die Copyright-Police spielen an der Stelle oder nicht? Haben wir auch gerade mit der EU-Ebene so eine ähnliche Geschichte so. Wer soll das denn entscheiden? Muss also erst, muss Nintendo selber eine Copyright-Police haben, die den App Store durchwühlt, ob da gerade nicht lizenzierte Pokémon-Apps rumlaufen. Ja. Das ist hundertprozentig, meiner Meinung nach hundertprozentig richtig so. Also Apple sollte sich nicht in die, sich nicht das Ding rausnehmen und zu sagen, ich entscheide, was ein Copyright-Verstoß ist und was nicht, weil das ist nicht ihre Aufgabe und das können sie nicht. Weil es könnte ja sein, dass Nintendo plötzlich sagt, wir finden so gefälschte Gameboy-Emulatoren, das finden wir mega gut. Ist ja so. Also genau so tickt ja Nintendo, haben wir gehört. Und von daher, dann könnte man sagen, passt, lass doch machen. Also, ich sehe Apple nicht in der Position und auch nicht in der Pflicht, das zu tun. Okay, noch ein anderes Beispiel. Wie sieht es aus mit VPN in China, die die Firewall umgehen? Ist jetzt aktueller Stand, dass Apple die gerne mal rausschmeißt, weil China sagt so, so VPN, die unsere Firewall umgehen, wollen wir nicht. Also schmeißt die mal raus und sagt Apple, okay, weil wir machen gerne Geschäft in China, wir schmeißen sie raus. Also kann man auch darüber diskutieren, sollten sie das tun, sollten sie das nicht tun, hin und her. Sie entscheiden sich dann für das eine oder das andere. Aber meistens so eher auf die restriktive Seite und meistens halt auch kuschen sie, wenn der Staat sagt, hier, mach mal. Und sie machen natürlich nicht den Move raus aus China, weil dann können sie zumachen. Man muss natürlich bei diesem Kuschen vor dem Staat muss man zwei unterschiedliche Entities von Apple angucken. Also zum einen App Store, App Store, der im Zweifel, da kommt irgendjemand und sagt, nee, das ist nicht okay. Dann fliegt das halt raus und dann wiederum das andere so Staat kommt und sagt, gib mir mal die Daten von deinen Kunden und da ist Apple halt sehr schnell zu sagen, nee, geben wir den nicht oder nee, können wir den nicht geben oder Wenn sie sie haben, geben sie auch, wenn sie dazu verpflichtet sind. Aber sie sind halt in der Regel in der Lage zu sagen, da kommen wir nicht ran, weil sie halt natürlich von vornherein alles tun, das nicht tun. Also nur, dass jetzt hier nicht das Gefühl aufkommt, dass Apple die Company ist, die jederzeit dem alles dem Staat vor die Füße wirft. Also das, weil das machen sie tatsächlich relativ gut, finde ich persönlich. Ja, finde ich auch. Ich meine, die größte Gefahr ist für den App Store allgemein, dass da halt gar nicht Ideen erst entstehen, die entstanden wären, wenn man sich sicher sein kann, dass man mit einer Idee in den App Store kommt. Das ist sicherlich die größte Gefahr, die sich auch nicht so einfach beurteilen lässt, weil man es nicht beurteilen kann, weil man nicht weiß, was gescheitert ist, weil Leute es nicht gewagt haben. Oder denkst du nämlich auch manchmal, wenn du eine App siehst, wie sind die damit im Bergwerk durchgekommen? Weil du selbst fünf Regeln kennst, gegen die die verstoßen. Ja, klar. Ich meine, das Bergwerk, das berühmt-berüchtigte Bergwerk, heißt ja nicht umsonst Bergwerk, hat extrem, also in der medialen Wahrnehmung sehr viele Fehler gemacht in den letzten Jahren. Das waren, also wir haben, glaube ich, jeden Fehler, der bekannt wurde, wo Entwickler dann in die Öffentlichkeit gegangen sind, weil es der leichte Weg war, so eine Entscheidung vom Bergwerk auch dann wieder umzustoßen, haben wir durchgekaut, ja, also von irgendwie Nacktbildern auf irgendwelchen Büchern bis zu wirklichen irgendwie Tethering-Ups, die dann irgendwie sich da reingeschmuggelt haben. Es ist halt, Apple hat sich ausgesucht, eine extrem schwierige Aufgabe anzugehen, in dieser Position, in dieser Instanz, dort irgendwie Richter zu sein und manchmal haben sie es besser gemacht und oft haben sie es auch falsch gemacht. Ich meine, es gab Argumentationen, dass halt, ich war am Anfang, wir machen keinen Upstore, weil irgendwie die AT&T Tower irgendwie in Amerika dann umfallen. sie haben sich eine sehr schwierige Aufgabe dort aufgehalten und man kann sicherlich beurteilen für sich selbst, ob das irgendwie gut gelaufen ist, schlecht gelaufen ist. Es ist halt so ein Prozess, der halt stattfindet und manchmal, oder ich habe so das Gefühl, in den zehn Jahren hat sich auch viel getan. Also, die aktuelle Nummer mit Steam und ihrem Store, die ist noch nicht gelöst, aber scheinbar wird irgendwie, kann man mit Apple mittlerweile sprechen so und man weiß, wo Probleme irgendwo liegen. Und man darf sie nicht aus der Verantwortung nehmen, weil sie sich halt selbst diese Aufgabe zugetragen haben, selbst aufgelastet haben. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch nicht sagen, irgendwie so, lass mal komplett offen machen, weil das Problem ist, es ist dabei halt oft nicht, meines Erachtens, die Ups, die dann irgendwie rausfliegen würden, sondern das kickt halt auch komplett diesen Designprozess halt über Bord. Also, man kann der Meinung sein, irgendwie alles egal, lass Ups aussehen, wie sie aussehen sollen. Ich finde, das ist ein großes, große, wie sagt man, Achievement vom App Store, dass es halt so konform ist, dass die Guidelines eingehalten werden, dass User Ups benutzen können, weil sie wissen, wie sie funktionieren, weil sie wissen, wie sie aufgebaut sind. Und das ist halt auch eine Aufgabe, die der App Store relativ gut, meines Erachtens, gemacht hat in den letzten Jahren. Das hat gesagt, deine App macht hier, die blendet hier Fenster ein, da kommt keiner mit klar, weil so sieht keine andere App aus. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die muss man dem App Store auch zugute schreiben, weil das ist eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man Software verständlich aufbereiten kann. Und da hat der App Store, glaube ich, unzählige Male, ganz oft Entwickler einfach auf die Finger gehauen, so, das geht so nicht, weil damit kommt dann keiner klar oder das sieht nicht so aus, wie wir das aussehen haben wollen. Aber ich glaube, das hat sich zum Besseren entwickelt dadurch. Software ist dadurch besser geworden. Und das war ja eins der Hauptprobleme, die dem Android-Lager am Anfang hattest, wo einfach jeder wirklich kreuz und grüben alles gemacht hat, was er gerade für richtig gehalten hat. Also, ich meine, das war natürlich auf dem, auf iOS generell einfacher, weil du, es schwer war, hässliche Apps zu bauen. dadurch, dass du, ja, das haben schon Leute geschafft. Also, gerade am Anfang hast du natürlich mit Standard-UI ganz viel hinbringen können. Und Xcode hat dich da sehr unterstützt. Und im Android, im Play Store ist halt, damals hieß er, glaube ich, noch anders, ist ja wirklich, da hast du es rein, das kam da halt rein. Und wir sehen davon heute halt noch die, die Überbleibsel. Also, dass da halt Menschen, die halt gar kein ästhetisches, keine ästhetischen Ansprüche haben, Apps bauen und gestalten, die halt dann aussehen wie Hund und du kein, du kein, ähm, homogenes Erlebnis hast. Also, du springst von App zu App und, ähm, das ist bei, bei den meisten Standard-Apps auf, auf iOS heute immer noch so, du springst von App zu App und hast so immer noch das Gefühl, du bist in einem Ökosystem. Und das, ähm, das ist bei Android viel besser geworden. Also, gerade wenn du jetzt nicht in wirklich die ganz schrecklichen Tiefen von irgendwelchen Apps gehst, dann ist das alles fein. Aber, es kommen halt immer noch solche, solche Apps hierbei raus, die einfach, also, die jetzt, hier ist ja ein Random-Number-Generator, den gibt's auch in Schöner. Ähm, aber das ist die Pest. Also, sowas würde es, sowas würde es einfach auf, auf einem, auf einem iOS so nicht geben und sowas, also, der würde, der ist jetzt nicht so schlimm, dass er nicht in den App-Store kommen würde, aber, ähm, Aber wäre das nicht auch, also, was würde Apple verlieren, wenn sie beim App-Store auch wilden Westen aufmachen würden und sagen, okay, egal was du, so wie, wie heißt das neue Gatekeeper-Ding, ähm, hier, Notarized-Apps, wir machen auch Notarized-Apps für den iOS-App-Store. Ja, das heißt, alles, was du da reinschickst, wird von Apple unterschrieben. Wenn du hinterher Mist baust, schmeißen sie dich wieder raus. Ja, dann müssen sie sich's ja hinterher auch angucken. Weiß dann, hast du im Zweifel schon den Dreck auf deinen, auf den Geräten deines, deines Kunden drauf gehabt und das willst du ja auch nicht. Also, weißt du, dann hast du, hast du möglicherweise eine App, die in der Lage ist, irgendwie scheiß zu machen, was im App-Store-Prüfungsprozess aufgefallen wäre und du hast dann trotzdem auf den, auf den Geräten, die deine Kunden gekauft haben, die deine Kunden kaufen, weil sie davon ausgehen, dass, dass das alles megatoll und gut ist, hast du das da drauf und so eine App, weißt du, da baut jemand den App-Store in HTML nach und, und schiebt die Leute über shadige Sachen auf diesen App-Store und sagt, hier, guck mal, lad dir mal kostenlos die XY-App runter. Leute laden sich das runter, weil sie davon ausgehen, sie sind im App-Store. Aber es geht ja schon auf Android. Natürlich sind die ganzen Büchsen irgendwie aufgemacht und, ich meine, Samsung braucht ja nicht mal Third-Party-Software, um deine Nacktfotos und irgendwelche anderen Leute zu schicken. Mega gut, oder? Ich muss auch sagen, du siehst echt gut auch. Ja, also man gibt sich ja auch Mühe, der ganze Sport muss sich ja lohnen. Ja, es ist schon, es ist eine wilde Nummer und ich meine, ich bin mir halt sicher, dass diese Gespräche halt intern auch offen geführt werden. Also ich, ich glaube anzunehmen, dass Apple die Diskussion überhaupt nicht für das Quatsch ist. Es gibt glaube ich genau genug Stimmen intern, die, die auch für sowas plädieren und das ist halt kein schwarz-weiß Ding, sondern das, das muss man von Jahr zu Jahr neu abwägen. Es gibt auch Sachen, die entwickeln sich, ja, ich meine so, keine Ahnung, Apps zurückzurufen, weil sie gesigniert sind, etc. und so weiter, das, das hat sich ja auch, das war ja nicht vor zehn Jahren einfach etabliert und, und verbreitet und jeder konnte es leicht implementieren und so weiter, sondern es hat sich halt erst ergeben und ich glaube, wenn sich die Voraussetzungen halt so ändern, dann ist man auch offen für neue Geschichten. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt ein großer Schwerpunkt auf irgendwie so, die Apps müssen halt zugänglich sein. Du musst dir halt sicher können, dass du keinen Scheiß installierst, dass dir irgendwie nichts geklaut wird, dass die Leute, weil sonst verschwindet halt das Vertrauen und ich glaube, das ist halt schon was, was der App Store über die Jahre etablieren konnte, dass Leute einfach Apps benutzen, installieren, dass Software auf diesen Geräten und auch sich sicher sein kann, dass die halt irgendwie nicht morgen überflüssig ist. Also ich meine, Apple macht es halt schon leicht irgendwie seine App zum Beispiel, keine Ahnung, 64-Bit irgendwie zu bringen oder so und wenn man so ein bisschen Mühe reinsteckt und das sind so Sachen, ich meine, haben wir oft genug diskutiert, ja, irgendwie wenn, wenn eine App irgendwie nicht lang genug supportet wird oder dann irgendwie mit einer Vision stirbt, Jahre später und so weiter, das ist immer ein großes Thema und ich finde, das ist, ich meine, das ist zum Teil auch Apples Aufgabe, das halt da sicherzustellen, dass die Tools halt so zugänglich sind, dass es halt nicht automatisch passiert, sondern dass man sich schon sehr blöd als Entwickler anstellen muss, sowas komplett zu vernachlässigen und dann hinten runterfällt irgendwann. Ja, aber es ist ein gewachsenes System und das muss sich immer konstant was anpassen, also wir sind halt jetzt noch, ja, erst in den ersten zehn Jahren, die nächsten Folgen. Vielen Dank.